Star Wars Rogue One von Walt Disney malt wieder einen Grund für mich eine Kino-Review zu machen. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal nach einer kurzen, dreiväschigen Winterpause, weil ich einfach keinen Bock auf YouTube hatte. Und auch diesmal versuche ich mich kurz zu fassen, denn viel gibt es zu Rogue One eigentlich nicht zu sagen. Im Vorfeld wurde sehr viel getuschelt und spekuliert, ob dieser Film gut werden würde. Und sicher, ein Gareth Edwards galt auch bei mir nach Godzilla nicht als die sicherste Bank. Hinzu kamen massive Nachdrehs, die für die zweite Hälfte des Films angesetzt wurden. Und es gab sogar Leute, die behaupteten, Disney würde damit beginnen, die Star Wars Lizenz auszuschlachten. Meine größte Angst. Ich hatte eigentlich wenig Bedenken, denn wie ich in meinem Feedback-Video bereits sagte, ist es für mich als Filmfan immer besser, wenn eine Filmlizenz durch das Drehen von Filmen verwurstet wird, als durch das Herstellen von Bettwäsche mit Prinzessin Leia auf pubertierender Pimmelhöhe. Angst vor demselben Schema F hatte man auch, doch zum Glück kann man hier Entwarnung geben. Denn wenn Rogue One eine Sache richtig macht, dann ist es zu versuchen, einen anderen Tod zu treffen, als die bisherigen Star Wars Filme. So kommt man dieses Mal mit einem düsteren Kriegsfilm daher, der sich dennoch wie ein Fanfilm anfühlt, eigenständig funktioniert und trotzdem jede Menge Wiedererkennungswert bietet. Ein typisches Marvel-Rundum-Sorglos-Paket, wenn man so will. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle aufhören zu reden, denn wenn ihr einen kompetenten Film sehen wollt, Star Wars-Fan seid oder simple Unterhaltung sucht, seid ihr bei Rogue One gut aufgehoben. Und vor allem die zweite Hälfte bietet ein Action-Feuerwerk, das die weit, weit entfernte Galaxie so noch nicht gesehen hat. Und jetzt mal melden, wer auch alles denkt, dass sich Forrest Wittiger einer deutschen Synchrofassung anhört wie ich. MG fucking Hausverwalter! Schnauze! Na gut, und wenn wir schon auf Topic sind, der Film hat keinen Crawler am Anfang und ich weiß, wem das gefallen wird. Weiter geht's zu Dingen, die mir aber nicht so sehr gefallen. Allem voran ist es das blasse Ensemble, das viele nicht an die dünne Handlung binden wird. Das liegt zum einen an der fehlenden Charakterisierung, zum anderen daran, dass sie innerhalb der Story wenig zu tun bekommen. So haben wir beispielsweise mit dem angesprochenen Forrest Wittiger einen brillanten Darsteller in einer völlig irrelevanten Rolle, während ein Comic-Relief-Roboter wohl die meisten Sympathien beim Publikum ernten wird. Nicht etwa, weil die Figur gut geschrieben ist, sondern weil sie Sympathien weckt. Etwas, das der gesamte restliche Cast einfach nicht schafft. Ganz genau, Star Wars steht für große Affen, die aus Flugzeugen schießen. Naja, um's kurz zu machen, ein Fellowship of the Ring, Oceans 11 oder Soldat James Ryan brauchen wir hier nicht erwarten. Das macht den Film nicht kaputt, raubt aber den dramatischen Ereignissen in der zweiten Hälfte ein wenig die Wucht. Einen regelrechten Griff ins Klo leistete man sich allerdings mit der Figur des Grandmaster Flash oder Egg McMuffin, Grand Moff Torken, ach. Der besteht komplett aus CGI und kommt direkt aus dem Uncandy Valley. Und er fühlt sich an, wie Kinder mit seiner eigenen Tante zu haben. Also irgendwie falsch. Warum man sich schlussendlich dazu entschied, diese Figur überhaupt einzubauen, wissen wahrscheinlich bloß die Macher. Mir ist es ein wenig schleierhaft. Aber es kann durchaus sein, dass ich die Petition wütender Star Wars Anhänger im Internet verpasst habe. Abschließend möchte ich mich persönlich nochmal über das ganze Augengezwinkere und den Fanservice beschweren. Das ist aber wirklich sehr subjektiv, denn ich weiß, das kann anderen sehr gut gefallen. In meinem Fall ist es so, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Subtext gegen den ernsthaften Ton anarbeitete. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu einem Spoiler-Part. Spoiler-Part! Weiter bei... Alle sterben. Selbst der chinesische Markt. Aber darum soll es überhaupt nicht gehen. Mir geht es um diesen Typen hier, der den Todesstern baut. Wir wissen alle, in Star Wars Rogue One geht es darum, wie die Rebellen an die Pläne kommen, um den Todesstern letztendlich zu zerstören. Aber jetzt mal ehrlich und bei aller Liebe zu New Hope. Wie schwer kann es sein, irgendjemanden zu verklickern? Fliegt durch den Scheiß-Korridor und schießt durchs Loch am Ende. Und warum eigentlich durch den Scheiß-Korridor fliegen? Was ich damit sagen will ist, die gesamte Handlung von Rogue One basiert auf einem Kritikpunkt, den ich an New Hope habe. Und das finde ich irgendwie schade. Außerdem, was ist das für ein bescheuerter Schwachpunkt, den du in den Todesstern eingebaut hast? Wenn gerade mal ein Jedi, der eigentlich nicht existieren sollte, dazu in der Lage ist, diesen Schuss auch zu versenken. Oder, oder wusstest du von Luke oder... Nun ja, kommen wir zum Fazit, um das hier nicht unnötig zu strecken. Mal abgesehen von meinen Kritikpunkten kann ich eigentlich nur jeden empfehlen, ins Kino zu gehen und sich selbst ein Bild zu machen, was einer Empfehlung ja irgendwie gleichkommt. Das Teil ist weit von schlecht entfernt, aber auch weit von Perfektion. Aber das kann ich zu A New Hope ja auch irgendwie sagen. Star Wars ist und bleibt eben Blockbuster-Material. Und wenn ich Rogue One eine Sache hoch anrechnen möchte, dann ist es, dass es sich diesmal wirklich wie ein Krieg der Sterne anfühlt. Wenn das Star Wars-Universum weiterhin so expandiert, bleibe ich am Ball. Denn ehrlich gesagt, wir Star Wars-Fans sind da schon weitaus schlimmere Filme gewohnt. In diesem Sinne, danke für ein schönes Jahr 2016 auf diesem Kanal. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.